Hallo liebe SG-Fans vom Fanfreitag. Bald geht es wieder los bei uns in der Vorbereitung und pünktlich zum Vorbereitung könnt ihr das ganz gute Trikot von mir gewinnen. Dafür müsst ihr einfach dieses Video auf eure Seite posten und wir hoffen natürlich alle aus Deutschland am Sonntag das Finale gewinnt und wir drücken zusammen die Daumen. Viel Spaß!